Hi Claire! Hi Mom! Komm da runter! Oh! Mary! Schätzchen! Hi! Hi! Oh Mädels! Der Rettungsschwimmer ist so süß! Hey Claire! Oh, ich seh schon! Ich hab einen Plan! Halt zu Claire! Los! Hilfe! Ich ertrinke! Ich werd dich retten! Deine Schicht ist vorbei! Du kannst gehen! Okay! Hilf mir! Gib mir deine Hand! Ich rette dich! Was? Danke aber! Nein! Hä? Oh! Mary! Hä? Hm! Verräterin! Hier! Fang! Claire! Es ist Zeit für ein Selfie! Und jetzt mach Fotos von mir! Das Licht ist genial! Hey! Ich hab keine Lust mehr zu warten! Ein Bild mit einem Vogel! Ich hab ein Vogel! Ich hab zwei Vögel! Warum machst du so viele Fotos? Warum machst du so viele Fotos? Ich weiß! Ein leeres Glas! Hier ist die Kellnerin! Sie hat nichts zu tun! Hey! Warum machst du Fotos bei der Arbeit? Die Kunden warten! Haha! Diese Hitze ist nicht zum Aushalten! Ein Strandselfie! Mädels! Bringt mir etwas Wasser! Hier ist meine Lieblingstasse! Klammer! Ups! Pass auf! Mach sie nicht kaputt! Ich werd Wasser holen! Nein, ich! Nein! Ich mochte die sowieso nie! Meine Tasse! Das ist alles ihre Schuld! Ihr wart das! Hier sind neue Klamotten! Was? Wie soll ich sie denn jetzt auseinanderhalten? Wisst ihr noch, wer die Tasse zerbrochen hat? Kommentiert unten! Wow! Da mach ich mit! Was ist das? Zeig her! Ein Strandwettkampf! Lauf! Hi! Der Wettbewerb beginnt! Drei, zwei, eins, los! Ich liebe Wassermelonen! Niemand kann mich schlagen! Ein letzter Kern! Und ich kann sie essen! Ich will mehr! Sie ist aber schnell! Ich weiß, wie man gewinnt! Haha! Was? Schummler! Claire, beweg dich! Oh! Nimm das! Mom! Hier gibt es ein kostenloses Fotoshooting! Wie cool! Komm mit! Komm mit! Nur noch ein bisschen! Oh! Es ist schon wieder nichts geworden! Meine Burg ist perfekt! Mary, keine Sorge! Lass uns zusammen eine Burg bauen! Okay! Wir können sie mit eigenen Muscheln verzieren! Sie ist ganz gut geworden! Sehr gut! Diese Burg hat die höchste Punktzahl verdient! Yay! Ich will ein Foto machen! Diese Muschel sollte anders liegen! Ups! Das wollte ich nicht! Ich kümmere mich drum! Oh! Vergess deine gute Note! Wir haben verloren! Oh Mann! Lass mich ein Foto machen! Mom! Auf die Plätze! Fertig! Los! Das Luftmatratzenrennen beginnt! Ich bin die Erste! Ach ja? Das werden wir ja sehen! Ein Hai! Rette mich! Ha! Jetzt werde ich gewinnen! Was? Das ist ungerecht! Hier sind unsere Kandidaten! Mary und Claire! Du fängst an! Hi Leute! Ich bin Claire! Und ich bin Mary! Entschuldigung! Sorry! Mädels! Ich spielst dir! Ich bin May! Ich bin die Erste! Ich bin die Erste! Ihr seid die Besten! Was ist los mit euch? Ich feuere sie doch nur an! Hier! Halt das! Zwillinge! Ihr schafft das! Mädels! Ich filme! Los! Lauf! Yeah! Danke, ich kann es nicht glauben. Hat Mom gewonnen? Aber wie. Selfie-Time. Ich gehe erst mal duschen. Ich habe Clairs Sachen. Das wird mega lustig. Hi, Mom. Ups, das ist nicht Mom. Wenn Claire die Sachen von Mom hat. Was hat Mom denn an? Hi. Gib mir mein Shirt zurück. Ups, das sind Kinderklamotten. Ich habe meinen Drink ausgetrunken. Holst du mir einen neuen? Nein. Gut, schere Steinpapier. Nein, es bringt nichts. Ich weiß. Wer zuerst wieder hochkommt, hat verloren. Deal. Eins, zwei, drei. Claire ist so leichtgläubig. Und los. Was? Gut, ich gehe. Hier sind die Drinks. Mary? Wo bist du? Oh nein. Oh nein. Ein Unterwassergetränk? Buh. Hast du dich erschreckt? Claire kommt. Ich stelle ihr ein Bein. Das war so lustig. Ich habe es so satt. Eine Kokosnuss. Claire, pass auf. Ich habe es geschafft. Du hast mich gerettet. Denk nicht mal dran. High Five. Danke. Hey, was ist denn? Schwimmreifen sind in diesem Pool nicht erlaubt. Was? Ist doch egal. Wollt ihr mich ärgern oder was? Gut, ihr wollt es ja nicht anders. Lasso. Erledigt. Und los. Was ist passiert? Ich brauche mehr Sonnencreme. Ups. Bienen. Ah, helft mir. Geschieht ihr recht. Ich hätte schon früher Honig reintun sollen. Endlich bin ich fertig. Mein Arbeitstag ist vorbei. Ich nehme die Kokosnuss mit. Bye. So schräg. Los, wir fallen hier. Versteck dich. Warum hat sie es so eilig? Hi, Mom. Los, schneller. Ich bin endlich da. Ich werde dieses Kostüm heute nehmen. Wow. Was ist das für ein Ort? Hier gibt es so viele coole Sachen. Ich bin auch ein Fan von diesen Schauspielern. Ich bin auch ein Fan von diesen Schauspielern. Sieh dir diese Klamotten an. Was gibt es hier? Ich würde so gerne Schauspielerin werden. Aha. Ich habe eine Idee. Lauf. Meine Kleider. Wo sind sie? Und was mache ich jetzt? Sie tut mir so leid. So übel ist sie doch gar nicht. Komm mit uns. Lächeln. Das ist ein Fotoshooting für deine Mappe. Ja, sehr gut. Das Fotoshooting war ein Erfolg. Mom ist eine geniale Fotografin. Und das alles nur dank der Selfies. Das ist alles nur dank der Selfies.